Wie geht es nach der Restschuldbefreiung weiter? Wenn Ihnen nach drei Jahren die Restschuldbefreiung erteilt wird, dann heißt das, dass alle Ihre Schulden, die an dem Tag noch bestehen, gelöscht werden. Sie sind dann prinzipiell schuldenfrei. Dann ist aber sehr, sehr wichtig, dass Sie nicht die Fehler wiederholen, die ursprünglich zur Insolvenz geführt haben. Was auch immer die Gründe gewesen sein mögen, ob Sie mit den Steuererklärungen nicht hinterhergekommen sind, ob Sie nicht aufgepasst haben auf Ihre Kosten, was auch immer, lernen Sie aus den Fehlern und sehen Sie zu, dass Sie die nicht nochmal machen. Weil eins muss Ihnen klar sein, eine erneute Restschuldbefreiung wird Ihnen in frühestens elf Jahren gewährt. Elf Jahre nach der letzten Restschuldbefreiung können Sie eine erneute Restschuldbefreiung beantragen. Das ist natürlich ein Problem, wenn Sie dann also nochmal in die Insolvenz fallen sollten. Deshalb tun Sie alles, um eine erneute Insolvenz zu verhindern. Wenn Sie dann also die Restschuldbefreiung bekommen haben, können Sie prinzipiell Kredite wieder beantragen. Sie können Leasingverträge abschließen. All das, was Ihnen während der Insolvenz faktisch unmöglich gemacht wurde oder sehr, sehr schwer gemacht wurde, geht dann wieder. Zurzeit ist es noch ein Hindernis, dass die Schufa noch drei Jahre nach der Restschuldbefreiung den Hinweis hat, dass sie durch ein Insolvenzverfahren durchgelaufen sind. Das ändert sich gerade und die Schufa wird wahrscheinlich verpflichtet werden, das schneller zu löschen, sodass das sozusagen auch nicht mehr in den Bankauskünften drin steht. Aber ansonsten sind Sie dann endgültig frei. Sie müssen nicht mehr einen Teil Ihres Gehaltes abführen an die Gläubiger. Sie können alles für sich, für Ihr Unternehmen verwenden, wie Sie es für richtig halten. Und darum geht es. Und darum geht es. Und darum geht es.